Mein Name ist DanigoLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Broforce. In der letzten Folge sind wir an dieser Level hier stecken geblieben gegen den blöden Boss, der da aufgetaucht ist. Rale Fortress, glaube ich. Ja. Was ich ein bisschen unfair stark fand. Boah, ich hab's vergessen, ja komm. Das ist halt dämlich. Alter. Das ist halt so unnötig schwer. So, jetzt geh mal da lang. Bisschen blöder. Was soll ich denn mit den Quark da machen? Im letzten Part. Ich hab's irgendwie nicht so gebracht. Ich mein, ich konnte mit denen nur so in Schrotgewehr kämpfen, das hat's irgendwie nicht so gebracht. Das hat eine winzige Reichweite gehabt. Aber machen wir halt jetzt ganz vorsichtig. Das ist einfach halt gesagt. Jetzt haben wir überall Explosionen und dieses blöde Ding schießt noch Raketen auf uns. So. 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 So spielen wir jetzt. So. 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 Das ist ein Schaft, das ist ein Schaft, das ist ein Schaft. So. Mal schaffen halt aber. Komm. Was ist das? Wow. Ja, wie soll ich denn mit ihm Dinge schaffen? Ich kann keine Raketen, glaub ich. Drückschleudern. Ich bin mir nicht sicher. Er macht mir auch keinen Strand. Ja, warte. Pass mal auf. So. So einfach geht das. Ach, da sind jetzt auf einmal auf, Dinger. Oh. Alter. Okay. Oh, komm her. Komm her. Ja, sag mal das. Das war schwer. Irgendwann hört sich quasi anders an. Ich kann immer noch nicht freischalten. Sehr gut. Ja, Level 10. Betonungsmetallax. Du Kraine. Wohl eher. Mehr Kraine. Bringt ihnen die Freiheit. Ja, dann ist die Mission in dieses Spiel. Freiheit bringen. Und zwar in jedem anderen Land, das nicht Amerika ist. Ob sie es wollen oder nicht. Okay. Nee. Hoa. Oh, wenn nicht. Warte. Die Kamera irgendwie näher oder will ich mir einen? Nein. Aber ich bin mir einen, oder? Stopp. Du willst doch mich verarschen. Ich hab die doch. Boah. Greif doch die ganze Zeit wie blöde an. Oh Gott. Boah. Irgendwann wegen so einem Blödsinn manchmal abkratzen, ne? Oh Gott. Nein, 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 nein. So, komm, ja. Ich hab mich auch manchmal so unnötig kompliziert hier hab ich das Gefühl. Ich kann manchmal einfach durchrennen und dann bringt's schon, ich hab das Gefühl, der sogar klappt einmal. Das gibt's da einfach nicht. Ey. Das gibt's da einfach nicht. Wir gehen so einmal und so. Jetzt, weil ich den jemandem am Leben gelassen habe. Weißt mir hier, in den Tannen. Und dann gibt's da nicht. amerika amerika habe ich nicht abgehauen trotterbomber das lebt noch der teil da gibt es noch nicht was ist das amerika ich habe kein leben warten weil wir so schnell ist das spiel eigentlich gar nicht echt nicht und die wörterst furcht okay mein Gott hat einen dicken schuss was hat das hat verlangt hey es ist ich denke war zeitlupe ich glaube ja weg so oh mein gott niemand darf überleben und dafür niemand darf überleben als kann mich töten wie man darf überleben macht irgendwie sind als auch noch fahren nein man ja so ein scheiß meine ich immer da unten da wird mir noch probleme verlaufen ich fall irgendwann runter und dann bin ich voll in den rein wo ich schon wieder getroffen okay da wird ein messer jesus hier gegner wenn diese ganzen munitionskisten und so ich kriege irgendwie nicht mehr ich habe euch die extra durch diese munition durch diese mission hier freigeschaltet so schnell neu krank da bin ich auch direkt die granaten die alle hoppald an hey was geht alles gleich mal munition mich doch hier steigt man automatisch daraus alles da was schießt mich da warum kommt der blut raus erst noch aber tag wann glaube ich bestimmt keine mehr drinne ich meine warum sollte ich ihn da drin fahren wenn ich hier drin sind Mr.Handepro 3, 2, 1, let's go! Aber jetzt habt ihr auch noch Jetpacks! Okay. Vorsichtig! Vorsichtig! Oh Gott! Oh, das ist bei einem Stein gekommen, der mich tötet hätte. Hier habe ich das überlebt. Oh Gott! Oh Gott! Leck mich doch am... Boah! Ey! Hey! Nein! So ein Dreck, ey! Ich weiß nicht! Oh Gott! Wo kommt der denn? Ah! Wenn ich nicht mal hinterm Ohr kratzen, schießt schon direkt einer auf dich. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! hat der unter der freunde kann er daneben gehofft ich gehe in unsere weg Säge durchgedruckt ist er schon sagen auch mal jetzt komme ich da nicht hin weil er mich volle Mühe abweilen da seid ihr blöden Huhn die ganze Zeit gewesen warum wird es ja auf einmal dunkel ja nein america geht unser weg tschüss ich bin bescheuert ja da ok sehr gut mit Vorsicht funktioniert doch manchmal irgendwas was was ach das sind für mich Leute sehr gut meine Freunde die mir ah irgendwelche namenlose Typen die mir helfen und jetzt komme ich wieder hier vorbei weil hier nur alle leben kriege ich Probleme x x x hier noch gar nicht mehr welche rufen haben schon nein ok ja was hat hat ja ich kann mir noch ein paar verbinden zu holen Fleischmodus machen wir da eben meinetwegen du 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 wer bin schluss das okay jetzt geht mir so auf die Was ist denn aufzug kaputt gemacht? Alter! Das wäre eine wunderschöne Blue-Fund hierher! Was? Sie sind in ihren Toten weggeflogen? Was? Was? Wo ist der Exit? Ich fall da an und runter! Ach, mein Gott! Alter! Boah! Volltrott! Wie sagt man, dass die letzte Mission hier? Was? Ei, ei, ei! Da geht immer noch weiter, Mann! Das war schon wieder viel zu lang! Oh, das sieht man kann! Boah! Boah! Noch einander... Nö! Boah! Oah! Oh! Richtig! Nö! Man fand man da hin... ok ich sehe die dinger nicht so schnell mein gott solcher war nicht wie ein Blöder hier wo ich rumschieße doch diese Dinger noch bemerke hier sind so viele Explosionen auf Bildschirm solchen als gut bekommen genau da was sagt gehts ab bei home irgendwie ok Terrorbot, what is love? wie macht der viel aus? Achso, der ist betalkt von den Ganaten. Ausgezeichnet. Weiter machen. Oder ist da jemand? Boah. Boah. Nein, Mann. Das freut mich bloß nicht für deinen letzten Moment. Hahaha. Der war gut. Ach, ich bin da nicht. Äh, nicht gut. Nein, Mann. Haha. Ja, toll. Jetzt mit ihm auch noch. Wir müssen das schaffen. Also. Auf Raketen zu schießen, bitte. Nein, nein. Ja, bitte auf Raketen zu schießen. Nein, das ist jetzt nicht wahr. Ey, willst du mich verarschen? Das Spiel regt mich hier langsam echt auf. Also ich will doch mal gucken, wie weit ich in der Story langsamer bin. Aber ich muss ja immer mittendrin einen Schnitt machen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Well, let's play. Brofoss, ich bedanke mich, Alter. Ich versuche schon und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge. Ah. Ich versuche schon, bis zur nächsten Folge. 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 Vielen Dank.